Grüß Gott, mein Name ist Leonard Holzhammer. In Sachen Versicherungen bin ich Ihr Fachmann vor Ort. Sie bekommen bei mir eine exzellente Beratung und Produkte, die zu Ihnen passen. Ihr Vertrauen ist meine Motivation. Im Schadenfall stehe ich für unkonventionelle Hilfe und vollen Einsatz für Sie. Vertrauen auch Sie in mich. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich. In Sachen Versicherungen rhyme. Jetzt werde ich den Schaden. In Sachen Versicherungen zum�� risks. Vielen Dank.